Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier einen tollen Mod vorstellen. Das ist ein Mod von Realismus Modding. Er heißt No Teleporter. Also du kannst nicht in Fahrzeuge dich teleportieren oder zu Feldern oder andere Orte hinswitchen. Mit der Tab-Taste oder wie hier. Beispiel, ich möchte das hier anklicken. Ich kann das hier nicht besuchen. Das geht nicht mehr. Oder Beispiel hier. Ich habe jetzt hier ein Fahrzeug. Ich kann nicht einsteigen. Das geht nicht mehr. So, wenn ich jetzt hier bin. Ich stehe jetzt hier davor. So, da kann ich jetzt hier einsteigen. Ja, das funktioniert. Aber wenn ich jetzt die Tab-Taste, also die Tab-Polartaste drücke, geht nicht. Also muss man halt, ja, mal so machen. Höchstens, ich starte mal. Fahr jetzt mal Rektur vom Misthaufen. Und kann ja mal zum Hof fahren. Ist ja nicht so weit jetzt. Zum Händler. Da geht das ja schon. Weil ich möchte das eh ein bisschen kürzer halten, das Video, weil sonst dauert das wieder zu lang. Ich habe jetzt durch Zufall das gesehen. Ich denke mir, da werde ich mit meinen Leuten, mit denen ich die Spiele mal absprechen, ob wir das nehmen. Weil das wäre ja toll. Also was gibt es jetzt solche Mods, so Beispiel wie Moped oder einen kleinen Pkw. Sondern da fährt man nur dann von A nach B. Man kann nicht mehr dann in die Fahrzeuge rein switchen. Einfach. So, jetzt werde ich jetzt hier vor Ort. Lass mal sehen, dass ich noch genug Fahrzeuge da habe. Oh, bremsen mal. Schalt mal aus. So, jetzt steige ich mal einfach mal aus. So, jetzt versuche ich es zu drücken. Die Tab-Taste geht nicht. Sind wir hier noch einmal da. Also versuche einzusteigen. Nein, also es ist ausgeblendet. Kann jetzt auch nicht. Also hier Tankstelle besuchen. Ich kann nicht hin. Es geht nicht. Also das ist jetzt ein super Mod. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut es wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus. Grüß euch. Euer Franz.